Die Energiekrise und die Inflation bringen den deutschen Mittelstand in eine absolute existenzielle Krise. Das ist für mich die Nachricht des heutigen Tages, denn das hat weitreichende Konsequenzen und die wollen wir uns einmal anschauen in diesem Video. Wer ist eigentlich Mittelstand? Man spricht eigentlich von mittelständischen Unternehmen, wenn sie weniger als 250, nach anderer Definition auch weniger als 500 Mitarbeiter haben und nicht mehr als 50 Millionen Jahresumsatz erzielen. Kleinstunternehmen sind dagegen Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern, kleine Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter. Man spricht bei diesen kleinen, kleinst- und mittelständischen Unternehmen auch von KMUs und diese KMUs sind für die deutsche Wirtschaft so eminent wichtig. Ich habe hier mal ein paar Zahlen aufgelistet. Erstens mal gibt es dreieinhalb Millionen dieser KMUs in Deutschland. 99,5 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind solche KMUs, die sorgen für über 97 Prozent der deutschen Exporte, Schrauben, irgendwelche Dinge, die da exportiert werden. Nischenplayer deutscher Mittelstand ist da ja richtig gut gewesen in den letzten Jahrzehnten. 58 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Jobs sind aus KMUs. 81,7 Prozent der ausgebildeten Lehrlinge kommen aus diesen KMUs und, und, und. Die sind also so zentral für die deutsche Wirtschaft. Und wie jetzt eine Umfrage gezeigt hat, das sind mehr als 40 Prozent, nämlich über 42 Prozent. Dieser Mittelständler sehen ihre Existenz bedroht, eben durch vor allem diese Energiekrise, an der der Staat ja indirekt mitverdient, indem die Preise steigen, steigen auch die Steuern, so etwa die Energiesteuer, Stromsteuer. Deswegen fordern mittelständische Verbände die Senkung, zumindest auf EU-Niveau. Wir haben ja jetzt beim Benzin gesehen, dass da die Steuer gesenkt wurde. Da muss wahrscheinlich was passieren, sonst haben wir ein richtiges Problem. Wie gesagt, dieser Mittelstand, der ist so extrem entscheidend in Deutschland. Und Innovationstreiber, das sind sehr bewegliche Unternehmen, meistens Familienunternehmen, während sie in Konzernen, wer da schon mal gearbeitet hat, weiß, der ist eigentlich 90 Prozent aller Zeiten im Meeting, wenn er da irgendwie im Management ist, gearbeitet wird, da an sich nicht mehr so richtig viel, also zumindest nicht wirklich direkt der Schalter umgelegt. Und jetzt hat mein, was dritt oder viertbester Freund, ich weiß es nicht mehr, Marcello Fratscherino davor gewarnt, dass dieser Ukraine-Krieg und die Folgen mindestens drei Prozent des Wachstums diesen Jahres kosten wird für die deutsche Wirtschaft und dass das Ganze noch jahrelang sich hinschleifen wird, dass also die Folgewirkungen nicht jetzt dann schnell vorbei sein werden. Und Sie wissen, Marcello Fratscherino ist für mich der absolute Gott, was er der sagt. Das ist richtig, aber da hat er wohl einen Punkt, denn das wird jetzt immer offensichtlicher, wie diese Energiepreise reinhauen. Wir sehen jetzt etwa die europäischen Gaspreise. TTF heute das erste Mal die Marke von 300 Euro pro Megawattstunde kurz überschritten, hat dann, als ich zuletzt geguckt habe, leicht drunter geschlossen. Wir sehen, dass auch die Strompreise weiter gestiegen sind. Jetzt haben wir etwa die Meldung von Ford, diesem amerikanischen Autokonzern. Der wollte eigentlich in Spanien in seine Niederlassung, in sein Werk da investieren, hat aber dann gesagt, naja, die Aussichten für die europäische Wirtschaft haben sich massiv verschlechtert. Das lassen wir mal besser. Und das ist für mich so ein Mantra, ist für mich ein Omen, dass da die Ausländer beginnen, sich zurückzuziehen. Wir sehen hier etwa deutsche Aluhütte, damit ist gemein Spira, die hier auch im Hamburger Hafen eine Niederlassung haben, die vor allem Aluminium-Weiterverarbeitungen machen. Die sind jetzt wohl davor, im September wird das beschlossen, wie Blumberg berichtet hier, die Produktion auf 50 Prozent des bisherigen Niveaus zu kürzen. Das bedeutet, dass immer weniger dieses Aluminiums auf den Markt kommt. Das gilt nicht nur für Aluminium, das gilt für so viele Bereiche, die energieintensiv sind, wo dann eben die Erzeuger sich sagen, naja, das kann ich mir schlichtweg nicht mehr leisten. Was wird das bedeuten? Wir haben immer weniger Angebot, dann müsste die Nachfrage schon rapide fallen. Und Aluminium ist extrem wichtig, ist in sehr vielen Bereichen wirklich zentral. Das heißt, wir haben eine dauerhaft hohe Inflation, weil die Güterknappheit zunimmt. Und wahrscheinlich schneller nimmt diese Güterknappheit zu, als die Nachfrage nachlässt. Das ist das große Problem. Jetzt hat auch übrigens DIHK gesagt, dass die Exporteure, die weit geht ja aus dem Mittelstand stammen, 97 Prozent der Exporte Deutschlands kommen aus mittelständischen Unternehmen, sind in extremer Kostenklemme, haben eine Belastung von 70 Milliarden Euro nur in diesem Jahr. Also es rumpelt, es macht Bums. Das ist eine wirkliche Krise. Und nicht nur irgendwie so dahingesagt, Jörg Krämer, Cheffolgswirt der Commerzbank, sagt ja, es sagt sich ja leicht, dass wir einen Angebotsschock haben, aber schauen wir mal etwa aus seiner Siegerländer Heimat. Kleines Beispiel, das aber sprechend ist, da hat etwa der Hersteller von Schulmilch, also Milch, die in der Schule getrunken wird, jetzt seine Produktion eingestellt, aufgehört, weil er sagt, es bringt nichts mehr, es lohnt sich nicht mehr, ich kann die Preise gar nicht durchsetzen, die ich holen müsste, die ich nehmen müsste, um hier überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt ist das eine, die gestiegenen Kosten für die Unternehmen durch Gas, Strom vor allem, die Erzeugerpreise ja plus 37,2 Prozent bei deutschen Unternehmen. Jetzt ist die Frage, was passiert denn mit den Löhnen? Denn das ist jetzt die zweite große Problematik für deutsche Unternehmen. Auf der einen Seite steigen die Kosten, auf der anderen Seite wollen die Mitarbeiter höhere Löhne haben und auf der dritten Seite sind die Konsumenten, also diejenigen, die die Produkte des Mittelstands kaufen, die verlieren permanent an Kaufkraft, weil die Löhne nicht schnell genug steigen, kommt jetzt die Lohnpreisspirale. Mein dritt oder fettbester Freund Marcello Fracciarino sagt, nein, nein, da soll man überhaupt keine Sorge haben, aber wir haben jetzt gesehen im Hamburger Hafen etwa, die haben mal schlank ab 1. Juli für 9,4 Prozent Lohnsteigerungen vereinbart, ist dann teilweise auch gekoppelt an die Inflationsrate, aber wir sehen, das beginnt jetzt schon. Die sind an einem neuralgischen Punkt, diese Hafenarbeiter. Also da sieht man, das ist eine Schleife, die sich hier aufspult. Und heute hat ja die deutsche Bundesregierung bekannt gegeben, dass man jetzt etwa Beleuchtungen von Denkmälern nachts nicht mehr machen wird, ab bestimmten Uhrzeiten, dass man zum Beispiel auch Kohle privilegieren wird im Bahnverkehr. Das heißt, wenn da keine Kapazitäten sind, dann werden nicht Personen befördert, sondern Kohle und hier dann auch Habeck etwa das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen in Geschäftsräumen des Einzelhandels ist untersagt und nur ausnahmsweise in Fällen gestattet, in denen das Offenhalten für die Funktion des Einganges als Notausgang oder Fluchtweg erforderlich ist. Also muss man den Leuten das sagen, das sind Gewerbetreibende, die wissen, was sie hier mit ihren Kosten tun müssen. Die werden doch nicht freiwillig irgendwie die Energie verpulvern und die Fenster und Türen aufmachen, wenn sie es nicht wirklich müssen. Also da sehen wir so einen Dirigismus, so einen staatlichen Eingriff, der mich wirklich fassungslos hinterlässt, als wären die Leute dann nicht in der Lage, das zu beurteilen. Kommen wir nochmal zum Gas. Wir sehen, dass aktuell Deutschland so viel Gas importiert wie never ever before. Deswegen steigen ja die Gasspeicher jetzt über 80 Prozent. Das natürlich zu horrendesten Preisen, die hier gezahlt werden. Und weil die Energiepreise steigen, weil die Inflation weiter aus dem Ruder läuft, muss die EZB, die lange, lange, viel zu lange geschlafen hat, jetzt wohl reagieren. Jetzt sehen wir, dass die Märkte einpreisen, dass bis Dezember die Zinsen hier bis 1,25 Prozent steigen werden. Derzeit sind wir ja bei 0,5 Prozent, nachdem die EZB es zuletzt geschafft hat, mal die Zinsen anzuheben. Man preist sogar bis Oktober jetzt nochmal einen ganzen Zinsschritt ein, zumindest die Futures. Mal sehen, wie es kommen wird. Aber natürlich, die Fed hat ja große Zinsanhebungen gemacht. Das sorgt für Druck, auch auf die EZB. Der Euro ja nach wie vor unter der Parität. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Gaspreisen? In Amerika, in den USA fällt der Preis für Erdgas, nachdem diese Anlage in Freeport später an den Start gehen wird. Die Amerikaner scheinen, könnte man sagen, von den Russen gelernt zu haben. Umgell, die beeilen sich jetzt auch nicht so stark mit den Reparaturen, mit der Folge, dass in den USA die Preise für Erdgas fallen. Mit der Folge wiederum, dass eben hierzuland die Erdgaspreise steigen. 300 Euro für die Megawattstunde. Aber dennoch, die Amerikaner sind jetzt, was Öl und raffinierte Produkte betrifft, hier eine Tankstelle gewissermaßen jetzt für die Welt geworden. Wir haben jetzt in der letzten Woche das erste Mal die Marke von 11 Millionen Barrel überschritten. Das heißt, die Amerikaner, die exportieren extrem viel derzeit. Aber die Konsumenten, auch in den USA, haben Schwierigkeiten. 20 Millionen amerikanische Haushalte sind mit ihrer Stromrechnung in Verzug. Droht also der Strom abgeschaltet zu werden. Das ist ein sprunghafter Anstieg, weil eben auch die Kosten dort für Elektrizität deutlich gestiegen sind. Der Finanzchef von Macy's hat gesagt, naja, negative Reallöhne, also Löhne, die langsamer steigen als die Inflation. Dazu hoher Verschuldungsgrad, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und das ist ja gerade das Problem, das die FED hat. Zumal jetzt eben auch der Immobilienmarkt deutliche Schwäche zeigt. Sillo-Hauspreise jetzt das erste Mal seit dem Jahr 2012 zum Vormonat rückläufig gewesen, wie heute CBC berichtet. Dann haben wir wieder schwache Daten zu den anstehenden Hausverkäufen bekommen. Gestern ja die Verkäufe neuer Häuser mit dem Minus über 12 Prozent sehr, sehr schwach. Was heißt das für die Märkte? Wir sehen hier mal verschiedene Szenarien einer Rezession, denn also auch die Amerikaner, dass wir in eine Rezession schlittern, das gilt als eigentlich sicher. Das ist nicht mehr zu verhindern, dass die Amerikaner drumherum kommen. Könnte sein. Da gibt es zwei Stufen, eine milde und eine scharfe Rezession. Und wir sehen, dass dann, wenn die Rezession scharf ist, dann eintritt und dann wirklich eine tiefe Rezession ist, dann fallen die Aktienmärkte sechs Monate weiter. Wenn nicht, wenn es eine milde Rezession ist, dann beginnen eigentlich die Märkte dann schon kurz nach Einsetzen der Rezession wieder zu steigen. Das wird also große Frage sein, was da passiert. Wird die FED ihre Bilanzsumme weiter reduzieren? Wir haben nach wie vor hier negative Positionierung. In gewisser Weise haben viele wenig Aktien gekauft in letzter Zeit. Die Inflation scheint so ein bisschen ihren Peak erreicht zu haben, aber fällt sie wirklich? Ich glaube nicht, zumindest nicht schnell. Und wir haben auf der anderen Seite eben auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Wir haben wahrscheinlich viel zu hohe Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Also es gibt Pro und Kontraste derzeit für die Aktienmärkte. Heute geht es nach oben, aber die Muster sehen schon ein bisschen so aus wie damals im Jahr 2008 Finanzkrise. Auch damals hatte der S&P 500 die 200-Tage-Linie kurzfristig mal überschritten. Diesmal ja auch. Es ist also für die Bullen zentral, damit sie sagen können, das ist keine Bärenmarkt-Rallye, dass wir über diesen 200-Tages-Durchschnitt deutlich hinauskommen, nochmal hinauskommen. Denn wenn wir es jetzt schaffen würden, dann wäre das ein Beleg wirklich dafür, dass es nicht eine Bärenmarkt-Rallye war, sondern dass das vielleicht doch eine Umkehr ist. Aber dazu müssen die Bullen das beweisen. Die Bären wiederum müssen beweisen, dass sie neue Tiefs erreichen können. Hier sehen wir nochmal den Chartverlauf 2008 und 2022 gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Dass es so wiederkommt, keine Ahnung, kann man nicht wissen, aber ich finde auf jeden Fall diese Parallele interessant. Und natürlich ist es für eine Notenbank in den USA bei der Verschuldung, bei der Anzahl der Zombie-Unternehmen, die fast ein Viertel aller amerikanischen Unternehmen derzeit umfasst, also Unternehmen, die nicht mal ihre Kreditkosten verdienen, die wird es aus der Kurve hauen. Dadurch wird der Arbeitsmarkt früher oder später immer mehr Arbeitslose verzeichnen. Heute nachbörslich, vor allem wichtig, Nvidia. 20 nach 10 kommen die Zahlen. Dieser Chipmaker, der hat ja schon seine Prognosen immer wieder gesenkt. Das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit. Und Druck macht auch China. Da hat man ja die Zinsen gelockert. Jetzt sehen wir, dass die Herrschaften in Peking den Yuan abwerten. Das Fixing jetzt so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Gleichzeitig hat die Wiesnaufsichtsbehörde gewarnt, Warnung an die chinesen Banken ausgegeben, den Yuan nicht zu schochten. Also man will da keinen weiteren Abwärtsdruck. Kommen wir zu ein paar Empfehlungen noch. Als Artikel Jackson Hole, FED-Chef Jerome Powell in Mission Impossible. Da gibt es massive Zielkonflikte für die FED. Wenn sie das eine will, dann passiert das andere. Das kann sie gar nicht verhindern. Sehr interessanter Artikel von Wolfgang Müller. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Ohne griechische Hilfe käme kein Öl aus Russland mehr auf den Weltmarkt. Warum das so ist, lesen Sie da. Und dritte Empfehlung. Warum der Euro noch weiter fallen dürfte. Da bringt es ein Ökonom auf den Punkt. Also drei Empfehlungen möchte ich Ihnen geben. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.